Musik Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das ist jetzt die dritte Folge der zweiten Staffel, die vier Freunde und ja, wir legen einfach mal los. Okay, ähm, wie heißt du denn eigentlich? Lisa, sie ist meine Freundin. Aha, und wo ist dann Hannah, Henna? Nein, die kommt noch nicht. Okay, gut, ähm, dann ratet ihr bitte los. Ich habe keinen Bock. Eine halbe Stunde später. So, ähm, dann ratfst du bitte an und dann, ähm, dann galoppierst du nochmal an. Okay. Obwohl ich keinen Bock habe, muss ich auch noch gehen. Kann man nicht lösen. Gut gemacht. Gut gemacht. Okay, gut. Dann, plosse. Okay, kann. Andere Seite kann. Ha! Gut gemacht. End, Sophia. Ja? Kommst du, ähm, danach? Was denn danach? Ist nicht wichtig. Es geht uns nur an. Wie viel, Freunde? Kinder, reine bitte weiter. Und du, ähm, du hast ja dann morgen Reiten. Ja, okay, ich gehe. Dann geht es weiter jetzt. Und du hast ja dann. so könnt ihr euch jetzt aufstellen also jetzt aufstellen ja ja okay gut kann ich schneller fertig sein darf ich schon aufhören nein du stellst dich bitte jetzt auch auf na gut was ist denn hier so wichtig nix stelle ich bitte beim haar auf und du dann bitte beim keine mittel die stange sind und ok luft eure pferde ok da könnt ihr aus der reithalle rausgehen ok du hast eine decke um kommt da rein ok was ist denn hier so ich halte dich aber mal heute noch hey was ist denn hier so wichtig deine freundin also willst du nicht bei uns mit sein nein sie ist ein oberzicker wer ist hier ein oberzicker du weißt du ich möchte bei ihrer vier freunde ag nicht dabei sein wir haben meine vier freunde ag aufgemacht und nicht du dann noch aber du verstehst es einfach nicht wir waren mal vier freunde und das hast du dir andere gesucht nur mich zu ärgern ich wollte dich so gar nicht ärgern aber ich habe doch nicht bewusst dass du gestern gekommen ist bist doch hast du nicht doch nicht dass ich wieder alleine dieser mann dir nicht ist zu viel müssen streng ist ihr ein bisschen schon hey stimmt ja ich bin auch ein bisschen streng aber das darfst du einfach nicht machen dass ihre freundin ja wir müssen das unternehmen ja sonst kann es nicht weitergehen dass dies ausgeschlossen wird und dass wir eben die freundschaft von sophia und von lisa brechen das darf nicht sein ja du hast recht ja sophia hey lea bin ich jetzt hier eins oder wie zu luzi da bist du lass mich in ruhe und warum seid ihr eigentlich mit nachgerannt das ist voll unfair dass sie nicht bei uns die vier freunden rein lässt weil wir nur vier freunde sind wir können doch auf fünf freunde sein aber sie weiß doch gerne dass wir ein einhorn oder dass wir ein einhorn gesehen haben oder dass wir überhaupt einen schatz finden wollen überraschung weißt du was du bist du willst das ist einfach sie nicht hier drin haben habe ich recht so hat er alles gegen mich ja wenn du so ähm mit storm sie kann doch nichts dafür dass sie das angekommen ist aber sie ist so eine sicke vielleicht bist du die sicke ich hole dich bei dir oder ich mal raus ja sie hat er recht ja du hast sie so beschuldigt einfach nur dann geh doch zu ihr und sag ich mach jetzt auch hey lisa was willst du denn von mir bestimmt ich rede nichts von dir aber sie ist doch einfach ein wir wollen so viel war so streng weißt du warum ich eigentlich zu euch sagen will ich dachte henne und wir sind auch vier freunde aber du bist die fünfte jetzt und vielleicht schaffen wir es einfach zu bald zu sieben ich will einfach meine alten anderen freunde haben so viel hat sich so bei mir seit ihr bei ihr seit hat sich so verändert stimmt aber eigentlich wollten wir dir was sagen das ja ich kann es auch nicht erklären dass wir einen schatz gefunden haben was und ich hab nichts erfahren den haben wir vor paar tagen gefunden aber ich möchte mit in eurer ag bitte 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 na gut du bist von mir aufgenommen danke gehst du dann mit mir ja juhu wir sind wieder da wo ist lisa ich bin hier wenn du mich suchst ich bin von denen aufgenommen also von dir natürlich kannst du dich bitte bei ihr entschuldigen nö warum denn auch ich verstehe es einfach bei dir nicht warum du dich einfach nicht bei lisa entschuldigst sehr gut entschulde mich entschuldigung lisa entschuldigung wollen wir jetzt ähm weißt du schon dass wir ihn einfach gesehen haben ja ich wollte fragen ob wir jetzt auch rein dürfen mein gedanke war das auch okay komm kommst du mit dann mach ich mir fritz fertig fritz äh dann mach ich mal stung fertig schnau ähm ja gut dann mach ich schick linda wir sind die fünf freundinnen juhu jäh so leute wenn ich das wie gefahren hab würde ich mich dann darum verlassen ich nur einen abonnenten und ja leute das war es die die dritte folge von der essensstaffel die vier freundinnen und ja leute ähm meine kamera fokussiert gerade nicht ähm naja gut ähm unschön es wird morgen nochmal eine Folge es gibt jetzt jeden Tag eine Folge außer gestern und ja dann bis dann tschüss